Hallo liebe Zuschauer, heute sind wir hier mit Anna, die kennt ihr schon, oder? Also, wir fangen an. Wir möchten zuerst fragen, was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf? Also, was mir am besten gefällt, ist die unendliche Freiheit. Niemand reist mehr, niemand träumt mehr, niemand lebt mehr als an der Schriftstelle. Gute Bücher wecken ewige Gefühle des Geistes und es ist die schönste Empfindung der Welt, einfach davon zu sein. Schön gesagt. Also, und wir würden auch gerne wissen, wie der Prozess ein Buch zu schreiben ist. Können Sie uns erzählen? Natürlich. So. Und? Schön, aber ich würde nie besser Hexen machen. Du wirst nicht vorbeigehen! Oder? Ach, es gibt schon genug Pagioter von euch. Sexy, gefährlich und sehr in im Moment. Und wir, wie originär. Endlich. Was besser ist, dass das Land ja Märchen und Inspiration zu bekommen. Aber wenn es so viele Schwierigkeiten gibt, warum wollen Sie immer noch weiter steigen? Wenn die Weltkinder nur eine Welt und ein Zeitalter haben, habe ich die Ewigkeit in dieser Welt und in der Mitte.